Hi. Na, Among Us 3D? Mmmmm, juicy. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Abwechslung gewesen diese Woche und war auch wieder eine sehr wilde Zeit. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei den beiden Folgen. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und vielleicht habt ihr ja Lust in irgendeiner Form was dazu zu sagen, denn ich fand sie sehr lecker. Also, viel Spaß. Ah ja. So. Auf geht's. Dry Day Ski. Schauen wir mal, was das so wird hier. Ob sie erst mal drei Jahre Müll rausbringen hier. Äh. Oh nein. 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 Okay. Oh. Oh. First Swipe. I can swipe. Oh. Ey. Endlich bin ich Profi. Oh. My. God. First. I can swipe. Wipe! Wie geil! Fresträgat! Wipe! Fire! Hahaha! Oh! Entschuldigung, bevor wir diskutieren, ich hab grad die Karte im First Strike gespiped, ok? Was? Warum wurde Zett wiederbelebt? Glaub ich nicht. Da sind wir gerade tot, oder? Ja, da sind wir gerade tot. Da war ein X bei mir. Das stimmt. Ja, da war... Buuuu. Das... Ich bin grad mega verwirrt, was hier gerade passiert ist. Sag uns, was du gesehen hast, geh nach vorne, ich kann dich nicht sehen. Ok, sorry, sorry. Hallo, hallo. Ich bin der Kalle und ich habe reportet. Und zwar habe ich gesehen, dass Max C. McFly auf dem Boden liegt und Sepp und ich waren in der Nähe. Dann das Licht war auf einmal aus und ja, auf einmal Sepp war weg und dann war er auf einmal da. Ich war total verwirrt. Wo ist denn... Bei Shields, bei Shields, bei Shields, bei Shields. Ok. Maxi ist gelb gewesen, ne? Ja. Also ich habe gerade dann das Problem, dass halt bei mir die Charaktere alle so ein bisschen rumlängen. Ich habe eine Frage. Das ist echt kalle. Wie ist da der Schwarz da hinten? Wer? Wo kam sie gerade her? Sie. Ich? Genau sie, ja. Ich zeig mir die Finger auf sie. Ich war erst an den Camps, da hat mich Rosa gesehen. Hallo. Ich weiß nicht, wer Rosa ist. Dann bin ich am Electrical vorbeigelaufen, da habe ich Lila gesehen. Dann bin ich im Lager gewesen und es weiß mir entgegengekommen von Shields und dann bin ich zurück zum Licht gelaufen. Also... Weiß entgegengekommen von Shields, das kann ich schon mal nicht sagen. Wer kam da von rechts oder was? Orange. Irgendeiner Camp wie von Shields entgegen. Der Orangene war es. Ich wollte gerade sagen. Orange. Orange war doch auch. Alles kalle, ne? Gleich ins Vakuum mit dir. Also da Schwarz nicht weiß, wer ich bin, kann ich nicht saven. Nein. Also... Sven hat mich gesehen, wie ich halt nur ins Orange war. Aber ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist, als das Licht aussah. Was machen wir jetzt? Hey, dann war ich wieder in Light. Da haben mich auf jeden Fall mehrere gesehen. Also da waren dann wieder andere. Du kannst aber nicht viel machen, außer halt Galu schon mal verdächtig. Ähm... Ist er nicht. Die Leiche liegt rechts, ich war nur links. Also... Da bin ich ja wohl safe. Ist ja auch nur einer tot. Mhm. Also Sepp war halb. Äh... Wow! Jay, ich muss auch scannen. Komm. Seh zu. Dein Prachtkörper. Pssst. 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 J... Ich bin's nicht Jay, vertrau mir. Vertrau mir Jay. Alarm! Okay, ich hab... Moment, ich bin nach vorne. Oh Gott, warum steh ich hier? Weg, 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 weg. Ja! Warum, wer hat meine Karte geklaut? Hä, warum bin ich denn jetzt erst hin teleportiert worden? Äh, äh, lag ich schon wieder. Wer hat mich geklaut? Ja, meine Swipe-Karte ist nicht mehr da, die hat irgendjemand mitgenommen. Kann sein, dass ich die habe. Ich hab sie gerade erfolgreich gemacht. Ne, ich nicht. Alter, bei mir lag das ganze Spiel einfach des Todes. Ich bin jetzt... Wie in der Matrix, oder ne? Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich dir die Karte geklaut hab, weil ich jetzt auch gerade erst teleportiert wurde. Wie kann man denn die Karte klauen? Ich fragte, ob du der Killer bist. Ich will hier gerade ein Stück Pizza essen. Diese hab ich ja auch gesehen. Die ist aber schon ein bisschen länger da, die solltest du nicht mehr essen. Lass uns alle, meine Keime, meine Keime. Also haben wir hier einfach... Es hat jetzt einer reportet. Wer hat reportet? Dadurch, ne? Ich hab den Button gedrückt, weil ich wissen wollte, wer meine Karte geklaut hat. Aber wie kann man denn... Ja, ich weiß nicht, wie man wieder bauen kann. Die ist nicht mehr da. Dadurch, vielleicht geht's jetzt sofort wieder da. Das ist richtig. Auf der Map ist Ray immer Imposter. Ich bin auf jeder Map immer Imposter. Also eigentlich würd ich sagen, wir müssen Dadurch roten, weil er kann die Tasche nicht mehr machen und dann braucht er die Karte nicht mehr. Da kann man dich auch töten einfach. Ich bin für Dalu. Dalu, Dalu, Dalu schiebt schon wieder seinen Finger in alle Richtungen hoch. Dadurch, was ist los? Möchtest du jetzt seine Karte erpressen? Oder was ist hier los? Bring Jamie jetzt um? Okay, nice. Stop, stop, stop. Ich müsste, glaube ich, alles haben jetzt. Ja, okay. 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 Mal ja. Ja. Was ist das? Ja. Na, du? Okay, dann. Aha! Auf jeden Fall, Jay habe ich da gefunden. Falls ihr hier mal kurz auf die Kamera gucken wollt. Hier vorne, also genau da habe ich ihn gefunden. Das war bei Loa hier. Ne, bei Zek. Bei Zek habe ich ihn gefunden. Bei Zek? Und ich kam über Mad Bay, da hat mich glaube ich Zero noch gesehen vorher. Und dann bin ich dorthin und habe ihn gesehen. Moment, sind mich zwei tot? Also ich möchte auch ganz kurz was sagen. Und zwar habe ich, als Oxygen war, Dardosh hat den in Admin gelöst. Ich habe quasi gesaved und als wir dann zum anderen gegangen sind, habe ich mal hier von Cafeteria aus in Richtung Upper Engine geguckt. Und da habe ich noch blau, was ja Jay ist, mit Kalle da hinten um die Ecke verschwinden sehen. Also Kalle war da hinten. Und Dalu könnte ich zumindest mal für diesen Kill eigentlich safen, weil der war auch mit uns ja die ganze Zeit bei Navigation und O2 und so weiter. Dalu war aber am zweiten O2 mit mir, mit pink, grün, schwarz, lila. Die waren beim zweiten O2. Ja, ich auch. Also Jay hat Kalle um die Ecke gebracht. Was hast du gerade gesehen? Warte mal, ich sag nur, dass Kalle da in der Nähe war. Ich lebe doch noch, das kann er gar nicht sein. Kalle, hast du vielleicht Probleme mit Kill safe report? Also, dass das so eine Sippe ist, so ein Hänge? Also, ein Move? Kalle, gib es zu, bist du es oder was? Dizzy, wo warst du Kalle? Ähm, ich würde mich jetzt in die Ecke stellen, ich habe keine Lust mehr darauf. Also, ne, zweimal reporten so. Also, ich habe Kalle bei Madbear rauslaufen sehen, weil ich Madbear rein bin, aber ich weiß halt natürlich nicht, ob er da reingewendet ist oder vorher da reingelaufen ist. Wo war Dizzy? Wo war Dizzy? Dizzy war Shields, glaube ich. Ja, ich war Shields, genau. Boah, Dallu, du Schweine. Ey, du dummes Schweine. Am Ende war ich, die jetzt kommst. Du dummes Schweine. Achso. Tschö, Kalle. ... ... ... Oh, ich sehe mal so noch zwei Killer. Ja, ja, ja. Was ist das für eine Überraschung? Ja, wir haben Kalle rausgewollt, ihr Schweine. Das ist jetzt, ne, Sepp ist wieder tot und wieder nicht. Hallo. Das ist jetzt peinlich, ich war Reaktor und hab Simon Says gemacht und hab noch gesehen wie Mike zuvor noch quasi im Gang stand und jetzt, denke ich mal, lag er neben mir, oder? Ist Mike tot? Ne, Mike leben. Also ich bin dadurch nachgelaufen Richtung Storage, bin nicht mehr da, Ray. Ja, du hast ja letzte, den ich gesehen habe, ich dachte, ich hab dich jetzt geportet, wen hab ich dann? Nee, ich hab dadurch schon am Erken auch gesehen, bin hinter Dados. Neben mir, neben Seis liegt die Leiche. Also da war noch DadoCast, DadoCast war auch noch in der Kreuzung. Ich war nicht im Reaktor. Ne, ne, in dieser Kreuzung da, damals. DadoCast war da auch und am Ende war ich Elektrik. Ja, wer ist denn jetzt gestorben? Äh, Sven, oder? Ja. Ja. Kalle ist rausgewollt, Maxi und Jay. Ja, Sven. Der Kill kann eigentlich nur Dado oder Ray sein, weil das waren die beiden, die noch dort waren, als ich gegangen bin. Also Dado, was hast du, wenn du den Kill einfach gemacht hast, bevor du gegangen bist? Ja, das ist mir aufgefallen. Wem denn? Wir waren alle nicht im Reaktor drin. Für dir? Nein, ich war auch nicht im Reaktor drin. Hast du mich gesehen, Dado im Reaktor stehen? Ich war in Kameras. Ich war nur in Cams. Also, ich fand suspicious Sepp, weil er war nämlich auch da und sagt jetzt gar nicht, dass er dabei war. Wo war ich? Du warst auch Reaktor. Ich dachte nämlich, du würdest mich töten in Security. Aber ich bin ja schon durchgelaufen. Ich war ja schon lange nicht mehr da. Ich finde, Sepp ist für mich ein bisschen strange. Also, vielleicht hast du mich nicht mehr gesehen, weil ich mich so geil teleportiert habe, aber ich bin schon vorbei an Elektrik. Ich habe gesehen, wie du noch hinter mir Elektrik reingelaufen bist. Vielleicht habe ich das nicht gesehen. Wer ist denn der Letzte, der da weggegangen ist? Ja, der, der reportet hat. Und Mike wahrscheinlich. Ja, ja. Also, Mike habe ich auch. Dalu und Ray. Es ist einer von beiden. Also, ich würde auch auf Mike gehen, weil Mike wäre der einzige. Wir müssen voten. Ja, wir müssen voten. Fuck wer? Ah, Sepp fragt wer? Ja, keine Ahnung. Ich sehe halt diese Zahlen hier nicht. Der Imposter will einen raus haben. Oh mein Gott, Leute. Ihr seid so lost wieder. Oi! Ihr steht halt alle vor den Zahlen. Bin ich gemütet? Okay, ich bin gemütet. So. Also, wenn wir den Fall jetzt einmal seriös auflösen wollen. Ich nehme an, Sepp wird gleich noch wiederbelebt. Ah ja, guck mal. Hey, Servus. Also, okay. Also, wenn wir jetzt das Ganze mal seriös runterspielen möchten. Also, für den letzten Kill schließe ich auf jeden Fall Nils. Also, Dizzy war auf jeden Fall bei den letzten Kills, war er nicht dabei. Wo lag denn die Leiche bei der, die letzte? Ja, anscheinend im Reaktorraum. Da waren Ray, Mike und... Den oberen oder unteren? Ne, der Reaktor. Nicht Upper Engine, nicht Lower Engine, sondern Reaktor. Kannst du hier an der Map sehen übrigens. Und da wurde aber noch gesagt von... Also, Dardo stand in der Kreuzung. Nein, die stand in keiner Kreuzung. Dadurch ist Electric reingegangen. Du standst, als ich dich gesehen habe, standest du hier. Da haben wir uns begegnet. Ja, pass auf. Aber viel wichtiger ist, dass ich vor dir ja weggegangen bin. Das heißt, du kommst eher in Frage als ich ins Frage. Ja, aber wer weiß doch, die Leiche kann doch da schon gelegen haben. Du siehst doch ein Report doch relativ früh. Ray, wo lag die Leiche genau? Am Simon Says, oben in der Ecke, unten in der Ecke. Also, ich stand vor am Simon... Ich stand am Simon Says und genau daneben. Also, wie wenn er quasi auf die Schulter klopfen wollte. Ja, das ist also möglich. Also, das heißt, du hättest das selbst sehen müssen. Ja, wo wir nicht reingeguckt hätte. Du kannst wirklich erzählen, dass du dich in den Racken reingeguckt. Ich hab anscheinend gar nicht reingeguckt, aber ich hab auch Ray nicht gesehen. Also, ich hab wirklich nur drauf geachtet. Ja, wer ist denn vorher... Das ist jetzt halt die Frage. Wer ist neben mir als letztes weg? Mike oder Dalu? Weil derjenige muss es ja gesehen haben. Ja, Moment. Wir haben doch Mike jetzt raus. Das heißt, es könnte tatsächlich ja Mike gewesen sein. Eventuell. I don't know. Eventuell. Wieso hast du eigentlich gedrückt, Dalu? Jetzt einfach mal... Ja, weil ich das so wirklich unterspielen wollte. Weil Mike haben wir ja wahrscheinlich einfach so rausgeschmissen. Okay. So, vor allem, wer hat Mike gevotet und warum? Aber wobei, Button drücken macht Cooldown... Ich hab Mike gevotet, weil er der einzige war, der nicht ist. Aber ich hätte auch so Kill-Cooldown gehabt. Der Kill-Cooldown, der Button sind ungefähr ähnlich. Dafür muss ich den Button nicht drücken. Dann hätte ich erst einen gekillt und dann den Button gedrückt. Na gut, wenn ihr zwei in Poster seid, habt ihr jetzt auch die Wissenkörper noch gekillt. Also ich hab... Ich war jetzt drei Runden lang nur mit Dalu. Ja, also Nils ist es halt wirklich nicht. Ich war drei Runden mit Dalu. Aber Ray und Mike haben sich gegenseitig bezichtigt. Für mich ist Sepp immer noch ein bisschen strange, aber der laggt halt ohne Ende. Ich war aber... Ich war Storage und du bist... Ich hab gesehen, wie du noch Electrical reingegangen bist. Ja, also ich hab... Ich hab geskippt. Achso. Ja, Task und Kudos. Ah, meinst du wir haben noch zwei Imposter? Shit. Nice! Hä? Ja. Ja, alle Tasks fertig. Achso. Deswegen hab ich auch geskippt, weil ich wusste, ich hab nur noch die eine. Wer war's denn jetzt? Dardoch oder? Ich war Imposter. Mike war es nicht, Freunde. Zum zweiten Mal. Ja, aber Dardoch auch nicht. Also Mike war es, hab ich recht gehabt. Sepp und Kalle. Kalle war es noch. Ach, Kalle war's ja wirklich. Also das Ding ist, ich hab Sepp überhaupt nicht gereilt, dass er auch Imposter ist. Also ich hab's nicht... Ich hab's einmal gereilt, weil du bist mir entgegengekommen und ich hab wie wild versucht, dich zu töten. Und es ging nicht. Aber... Also der Verlacht war über. Und ich hab's einfach verschwunden. Und ich glaube, der erste Kill ist dann dadurch entstanden, dass ich den Lag hatte. Kalle hab ich versucht zu töten und dann ist irgendwer einfach da umgefallen in der Nähe. Nein, nein, Sepp, Sepp, ich hab Maxi getötet. Achso. Und ich dachte so, shit, wenn jetzt jemand kommt und seh ich dich, denke so, fuck, was mach ich jetzt? Das Licht war aus. Und dann bist du über die Leiche drüber gelaufen und ich so, okay. Aber bei mir ist einfach der, bei mir ist einfach Ripp hier. Und dann hab ich aber irgendwie aus Panik reported. Ich dachte, das war ganz, ganz weird. Ja, Sepp, ich starte einmal das Spiel neu. Ja, ich starte einmal das Spiel neu. Weil ich konnte nämlich teilweise einfach... Ich hab versucht, Leute zu töten. Aber die waren dann auf einmal weg. Ja, ich glaub, ich bin mir auch. 着 decentere Mal wieder. Kannst du? Na, guía? V Bedürf cafeter. Ja,ως? Sch ener Come auf! Da dran ist ein wenig komisch,